Hallo und willkommen zu Ich hab da mal ne Frage und heute, was ist ein Bund? Und wenn wir das nachgucken, dann ist ein Bund eine Beziehung zwischen zwei Partnern oder Parteien, die einander verbindliche Versprechen geben und zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Sie werden oft von Eigenzeichen, Zeremonien begleitet und so weiter. Aber das Wichtige ist, es ist etwas anderes als ein Vertrag, da sowas beziehungsorientiert und persönlich ist. Und in der Bibel gibt es angeblich fünf dieser Vereinbarungen zwischen zwei Parteien. Einmal Noah, keine Flut mehr, aber dafür kriegt ihr einen Regenbogen. Na toll. Dann gibt es Abraham mit der Beschneidung des Schniedels. Dann Moses, die zehn Verbote. Oder sonst. Werden auch manchmal Gebote genannt, fälschlicherweise. Dann kommt David, hier kriegt ihr euren König. Und dann Jesus stirbt für mein Versagen und damit veralber ich euch alle. Aber hat denn jemals irgendein Gott oder eine Göttin mit mir einen Bund besprochen, abgeschlossen oder unterzeichnet? Nein. Hat Jesus einfach die brutalen, unmenschlichen Regeln und Taten seines Vaters ausradiert? Nein. Aber in dem Buch der Christen steht, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Das heißt also, die alten Taten im Alten Testament sind absolut okay, laut Jesus. Also hört doch endlich mal auf zu lügen, dass damit ein neuer Vertrag, eine neue Abmachung, ein neuer Bund entstanden ist. Und ihr könnt, ihr meint dann, ihr könnt euch Rosinen rauspicken. Aber ihr wisst doch, dass diese ganzen Behauptungen falsch sind. Jesus ist genauso brutal und despotisch wie sein Papierlein. Er sagt den Menschen nicht, dass sie keine Sklaven halten sollen, sondern er sagt den Sklaven, dass sie gehorchen sollen. Und so weiter und so fort. Warum sollt ihr denn eure Familie hassen, um Jesus zu folgen? Das alleine wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium. Was soll das also? Also lasst mich doch in Ruhe. Ich brauche eure Götter nicht. Wirklich nicht. Ich brauche eure Götter nicht.